Willkommen zurück zu Clash of Clans. Ich habe die Mauern inzwischen alle hochgezogen. Die leuchtende Laterne ist erschienen. Es ist nämlich Neujahr. Also nicht hier, sondern ich glaube in China. Die haben da irgendwie einen Monat später Neujahr, aber naja gut. Die behalten uns auf jeden Fall. Wir haben zwei Stück. Ist ganz gut. Wir haben noch einige Weihnachtsbäume und den gruseligen Baum. Ah, die Clanspiele können wir noch nicht machen. Okay. Ich würde sagen, mit dem ganzen Elixier, was wir haben, machen wir erstmal unseren Blitzzauber. So, dann gucken wir mal hier vorbei. Ein Juwel. Okay. Trefferpunkte. Ja, da mache ich den Hau-drauf-Riesen. Leute, es gibt was zu besprechen. Der Clan. Ich glaube, ich habe sowas zu früh gemacht. Es tut mir leid, Leute, aber vor allem Clevi. Ich werde den Clan mehr oder weniger löschen. Ähm, ja. Ich werde dann so lange in den Clan gehen, wo auch mehr ein anderer Account drin ist, bis ich vielleicht mehr Besucher habe auf dem Kanal, mehr Aufrufe. Und, äh, ja. Deshalb werde ich den dann erstmal löschen. Okay. Okay. Dann gucken wir mal fünf Minuten. Let's Zauber. Es ist einfach so, Leute, dass es mir nichts bringt, einen fast leeren Clan zu haben, wo man nichts machen kann. Und deshalb will ich das dann immer. Okay. Fast zwei Sterne. Das ist gut. Ähm, Mine. Mine. Okay. Machen wir mal diese Mine. Hier. Der hat natürlich paar Prozent mehr geholt und ich habe keine Truppen. Okay. Ich glaube, wir greifen erstmal ohne, ähm. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt oder nicht. Im Fall der Fälle hatte ich es einfach raus. Und wir greifen erstmal ohne den Blitz Zauber an. Es dauert erstmal noch zu lange. Okay. Hat vier Elixier. Im Grunde brauche ich gerade keine Angriffe, also... Moment. Elixiersammler. Die muss ich erstmal machen. Ja, ich weiß, ich hätte das bisher alles machen können. Ähm, ja. Ich habe es aber halt nicht gemacht. Da. Dann gucken wir mal kurz hier rüber. Okay, noch... Etwa 45 Sekunden. Und das ist ein ziemlich einfacher Gewinn. Und meine Riesen sind fast alle tot. Naja, der Magier-Turm macht auch schon gut was her. Einen Stern kriege ich auf jeden Fall. Zwei weiß ich nicht. Drei auf gar keinen Fall. Okay. Okay. Und da unten schaunst durch den dueite, was wir auch versuchen sie bei 5 Jahren. Oder ihr wbudget raus. Bis zur Zeit. 錘 lite kializat. Ja, ich glaub, zwei Sterne kriegen wir noch. Oder? Wenn diese Bauhütte jetzt hier... Ah, ne, doch nicht, doch nicht, doch nicht, nein, 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 okay. Und wir haben einen Erfolg gekriegt, Eroberer, 25 Mehrspielerkämpfe gewinnen und wir haben natürlich keine Truppen, naja, okay, dann werde ich wahrscheinlich gleich mal cutten und auf die Truppen warten und die ganzen Gebäude. Ah ja, wir haben jetzt zehn paar Bahnen, das ist ziemlich cool. Wir haben einen Stern, 50 Prozent. Damit gebe ich mich zufrieden, bisher. Ja, okay, ich glaub, es wird Zeit. Okay, ich werde dann mal auf die Truppen warten, wir sehen uns gleich wieder. So Leute, da bin ich wieder, ihr seht, ich hab grad den Account gewechselt. Wir sind hier bei meinem Psychodok-Account, ich hab schon gefragt, ist auch grad jemand online, ich weiß nicht wer. Und, äh, ja, das ist der Clan, ähm, Kriegslok. Zweiter Platz, 2020, Januar-Saison. Wir sind also relativ gut dabei, wir haben auch ein paar Ausfälle. Ist aber, naja, okay, die letzten zwei Kriege haben wir auch gewonnen. Wir haben momentan auch einen Krieg. Und ich freue darauf, dass irgendjemand antwortet, solange können wir ja einen Angriff machen. Ich hab Truppen bereitgestellt. Und, äh, ja, ich glaub, ich greif die Nummer 9 an. Die Nummer 8 wurde schon angegriffen, mit zwei Sternen. Und wir haben auch ein bisschen Clanburg-Truppen. Also, ich glaube, wir könnten das hinkriegen. So, von wo greifen wir denn an? Ich würd sagen, von hier, von rechts. So, zwei Lava-Hunde. Kennt ihr wahrscheinlich. Wenn nicht, dann, äh, seid ein bisschen verwundert. So, dann paar Lakaien noch dran. Barbarenkönig und Bogenschützenkönigin. Hab ich vor, auch Mechs zu machen. Dann haben wir schon ziemlich viel fertig. Alle Verteidigungen sind weg. Das Rathaus wird auch fertig gemacht. Und ist ein bisschen laut. Kann das sein? Ähm, es tut mir leid, dass es jetzt so rasch übergesprungen ist. Zu dem Account hier. Es war halt so, beim anderen Account hatte ich noch viel Loot. Ich hab nicht viel zu tun. Aber hier könnt ihr auch mal ein bisschen vom Clan-Krieg sehen. Und natürlich, ich mach ein bisschen Werbung jetzt gerade für diesen Clan. Wenn ihr aktiv seid, Leute. Dann, ähm, dann könnt ihr auch ruhig hier reinkommen. Wir brauchen aktive Spieler. Ah. Okay, Bloodwork F2P. Er macht mich gleich Vize mit seinem anderen Account. Dann kann ich die kleine Einstellung kurz ändern. Es ist eigentlich komisch, dass ich nicht Vize bin. Obwohl ich den Anführer kenne. Den Vize-Anführer. Und auch einige anderen Vize-Anführer. Komisch, dass ich nur Ältester bin. Naja, aber gleich können wir hier rein. Mit unserem anderen Account. Wir haben noch weitere Truppen. Ah, okay. Ich wurde gerade befördert. So, dann würde ich mal sagen, wir ändern mal kurz die Clan-Einstellung. Anpassen. Benötigte Trophäen. Minimale Rathauslevel. Ach so, das auch noch. Oh Gott. So, wie viel haben wir? 600 glaube ich. Ich glaube, das reicht erstmal. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Dann suchen wir mal den Clan. Salmon. Weiter Optionen. Mitglieder. Ich glaube mal 20 oder so. Ich mach mal 30. Ähm. Ops. Da oben. Beitreten. Alles klar. Ah, hat die Clan-Einstellung geändert. Okay, ich bin drinnen. Ja. Die Truppen sind auch soweit fertig. The Wolf schreibt mich an. Ähm. Nehme. Gerade. Auf. So. Ah, schade. Habe ich fast vergessen. Rathauslevel 6. Brauchen wir. Das ist fast fertig. Ja, The Wolf. Ja, The Wolf. Ich nehm grad auf. Ob du's glaubst oder nicht. Das ist natürlich jetzt auch im Video drinne. Ob's dir gefällt. Ob's dir gefällt. Oder nicht. So. Ich würd sagen, wir machen noch einen Angriff. Das ist dann aber auch alles für die Folge. Oh. Der ist natürlich schön. Aber ich hab Angst, dass der was in der Kleinen Burg hat. Mal gucken. Schön auch. Ja, und da war gerade mein Smartphonespeicher voll, weshalb das äh. der Angriff nicht gezeigt werden konnte. Habe ich dann am Ende verloren. Aber okay. Ähm. Alles klar. Mhm. Hat die Kleineinstellung geändert. Ich wurde befördert und degradiert gleichzeitig. Truppen. Ja, gerne. Können nicht schaden. Ein paar Ballons. Ich meine, können ja nicht so schwer sein. Dann mach ich hier mal noch das Armeelager. Mach die Goldmine und Elixiersammler weiter. Die Armeine noch und die Luftmine. So Leute, ich hoffe es hat euch gefallen. Entschuldigung, dass ich den wechselt hab. Es hat eh nichts gebracht. Also hier kann ich viel besser sein. Mehr machen. Ähm. Naja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017